Wunderbar. Endlich ist mit dem Aus für die Citybahn in Wiesbaden dieses abgehobene Projekt gekippt worden. Eine Straßenbahn zwischen den beiden Landeshauptstädten, was soll das denn? Eine bessere Anbindung des Untertaunes an Wiesbaden? Wir rutschen im Winter viel lieber mit dem Auto die Platte runter. Dringlicher Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet? Das soll der RMV mal schön in Frankfurt erledigen. Wir bleiben 19. Jahrhundert. Ein Sieg für die Gemütlichkeit. Keine jahrelangen Baustellen. Ein paar Dutzend Bäume gerettet. Der Bundesverkehrsminister kann die geöffnete Schatulle wieder schließen. Es lebe die tote Citybahn. Sie merken schon, ich bin gar kein Freund vom Ende der Citybahn. Geschenkt, denn das Thema ist nun endgültig durch. Ich bin aber vor allem kein Freund von Bürgerentscheiden, von Plebisziten und das Thema ist noch lange nicht durch. Meine grundsätzlichen Einwände gegen Bürgerentscheide kann ich am Beispiel der Citybahn ganz gut verdeutlichen. Warum sollte sich eine kontinuierlich alternde Gesellschaft, die lieber ihre Ruhe haben will, für jahrelange Baustellen und jahrelange Staus entscheiden? Welches Recht hat eine Stadtbevölkerung allein über ein Zukunftsprojekt zu entscheiden, mit dem das Umland, in diesem Fall der Untertauern, zu der Nachbarstadt Mainz, besser angebunden werden sollen? Und wer vom Bürgerbegehren eine Befriedung der lokalen Gesellschaft erwartet, der hat sich noch nicht auf den Battleground der sozialen Medien begeben, wo sich Gegner und Befürworter bis aufs Blut bekämpft haben. Das war bei der Entscheidung gegen den Bibelturm in Mainz nicht anders und das wird beim nächsten Bürgerentscheid wieder so sein. Statt immer mehr Plebiszit zu ermöglichen, müssen wir uns dringend wieder der Vorzüge der repräsentativen Demokratie bewusst werden. Wir müssen auch ihre Akzeptanz erhöhen, weil unsere Kommunalparlamente keine Partikularinteressen verfolgen, sondern neben Gemeinwohl verpflichtet sind. Weil sie von uns dafür gewählt worden sind, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen über den Tag hinaus zu treffen. Und weil die Komplexität solcher Themen durch die jahrelange Beschäftigung mit ihnen, weil sie die besser durchdringen können. Natürlich brauchen wir bei der Planung solcher Projekte mehr Bürgerbeteiligung. Früher und umfangreicher als bisher vorgesehen, gerne schon bei der Definition der Ziele und bei der Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen. Aber bitte weniger Plebiszite, die immer erst um die Ecke kommen, wenn schon Jahre und Millionen investiert worden sind, wenn kurz vor Start alles wieder auf Null gestellt werden sollen. Weil Plebiszite dem Populismus Vorschub leisten und sei es nur dem Gemütlichkeitspopulismus, der da lautet, meine Stadt hat sich zwar schon immer verändert, aber jetzt soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Das schwant inzwischen sogar den Grünen, trotz ihrer basisdemokratischen Wurzeln. Denn sie trauen sich nur noch nicht, das zu sagen. Mein Ratschlag geht an die Landesregierung in Hessen und in Rheinland-Pfalz. Wenn wir in Deutschland irgendwann mal wieder unsere veraltete Infrastruktur auf Vordermann bringen wollen, dann brauchen wir dringend eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. In diesem Zug sollten Bürgerbeteiligungen erweitert, die Hürden für Bürgerentscheide aber bitte deutlich erhöht werden. Die Hürden für Bürgerbeteiligungen erweitert,